Ja, Fisch. Toller erster Fisch. 35 cm wird er wohl haben. Good job, my friend. Der Erfolgsköder bis jetzt. Und jetzt haben wir einen richtig fetten Barsch. Wir fliegen jetzt nach Schweden, um Tobias Eckwald zu besuchen. Viele von euch werden ihn kennen. Mit dem habe ich im YouTube Predator Cup das Finale gefischt. Und da haben wir entschieden, die Perch Pro miteinander zu fischen. Von Kanal Gratis. Kennen wahrscheinlich auch sehr viele. Deswegen fliege ich nach Schweden. Wir trainieren ein bisschen. Und natürlich wollen wir unsere neue Prototypen von Nayspades testen. Die habe ich mit im Gepäck. Wird ein spannender Trip. Und wir nehmen euch natürlich mit. Das ist der beste Moment. Der Gepäckwagen ist an uns vorbeigefahren. Und ich habe gesehen, unser Routenrohr ist dabei. Und die Koffer sind da. Das ist ja immer das, was nie klappt. Jetzt sind wir in Kalmar angekommen. Jetzt ist 23 Uhr. Und morgen geht es einfach um 4 Uhr los. Also 4 Uhr Pickup. Das heißt, wir müssen um 3 Uhr aufstehen. Katastrophal. Aber naja. Wir filmen aber keine Kofferschnecke. Wir filmen aber keine Kofferschnecke. Und heute macht das. So funktioniert. Thank you. Ja, ziemlich abenteuerlich hier. Wir sind in einem Hafen gefahren. Und wir schlafen auf irgendeinem Boot. Also in 3 Minuten ist der Besitzer da. Und dann gucken wir mal, ob wir wirklich richtig sind. Und wie unsere Unterkunft ist. Es wird spannend, da den Koffer reinzubringen. Aber hier werden wir leben. Seekrank sollte man nicht werden. Und dann können wir das geben. Wenn du willst, wenn du zu Chitt gehen willst, musst du zu der Gästhaber gehen. Nicht hier. Nicht hier. Du kannst hier schlafen. Gut zu wissen. Gut zu wissen. Ja, das ist gut. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Danke. Danke. Morgen früh um 4 Uhr werden wir wahrscheinlich seekrank sein. 3 Uhr 45. Wir werden heute gute Fischung haben. Ich hoffe. Ich hoffe. Tobi hat uns jetzt gerade abgeholt. Er hat gesagt, wir fahren gar nicht weit zu dem ersten Spot. Du sprichst Deutsch, oder? Ja, ich fisch. Ich fisch. Ja, ich fisch. Ja, ich fisch. Ja, der erste Spot. Was wir machen, ist, wir fischen einen River. Ja. Und du kannst wirklich große Barsch da fangen. Und viele Kilo Barsch. So. Wir haben am ersten Spot angekommen. Ich bin mega gespannt, was jetzt geht. Und du bist hier auf Fischung-Holidays. 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 Ich muss auf 3.30 Uhr gehen. Das ist kein Fischung-Holidays. Naja, aber er hat gesagt, wir werden, weil es jetzt eine gute Zeit ist, jetzt angeln. Und dann einfach später tagsüber schlafen und abends wieder rausgehen und angeln. Mal sehen, ob die Taktik aufgeht. Ihr kennt ja, was ich sage. Oder ihr wisst ja auch, was ich sage. Schön ausschlafen, entspannt ans Wasser gehen und dann fängt ihn gut. Mal sehen. Let's do it. Okay. Mal sehen. Mal sehen. Das ist unser erster Spot. Er hat gesagt, der ist sehr gut der Spot. Aber, choose your lure wisely hat er gesagt, weil man hier wohl sehr viele Hänger bekommt. wir haben jetzt schon ungefähr sagen wir so jeder zehn würfel gemacht und es hat noch nichts gebissen was jetzt natürlich nichts ungewöhnliches ist aber ich wage zu behaupten dass viel zu früh dass wir noch zwei drei stunden länger hätten schlafen sollen dann ausgeschlafen wir ins wasser gehen und die fische etwas später fangen ja tobi hat gesagt sehr sehr ruhiges fischen ist hier angesagt deswegen habe ich jetzt mal auf dem rubber jig gewechselt und schleift den wirklich nur ganz langsam über den grund habe jetzt schon zwei drei würfel gemacht hat auch nichts gebracht aber mal gucken ob das funktioniert vorher ein bisschen agiler versucht und jetzt wie gesagt mit dem rubber jig mal ganz langsam in den boden schleifen lassen eigentlich mein liebster köder auf barsch aber tobi meinte es gibt hier gar keine krebse deswegen bin ich mir nicht so hundertprozentig sicher ob die köderwahl jetzt die richtige war aber probier es einfach mal die Uhr Ja! Nichts, ist die beste. Ich teme das! Ich dachte, ich hatte eine Wüte raus. Nichts! Wüte! Das ist ein Hitzerw절. Hm, ich habe eine Füße. Ja! Fisch! Gut, gut, gut! Wo sind Sie hier? Nice! Gut? Nein, es ist okay. Ja, es ist ziemlich großartig. Oh, es ist nicht zu großartig. Aber ich nehme es. Du ist der erste Swedish Fisch? Ist es? Nein. Aber der erste für heute. Der ist ein klein, aber... Aber es ist... Es ist schön. Und es ist gut, dass wir die Aktivität haben. Ja. Der Morgen in der Inlet war wirklich schlecht. Ja. Wir hatten keine Sorge, ich denke. Ja. Und jetzt haben wir zwei Streicher ziemlich schnell. Oh, und sie sind so schön. Look at sie. Sie sind so schön. Und er wollte wirklich diese Lure, richtig? Ist es ein A-Spaid? Ist es ein A-Spaid? Ja, es ist ein neues Prototyp. Vielleicht ich... Danke. Ja, weil hier sind viele Minnows auf der Übersetzung. Ja. Ja. Und wenn du siehst, die Lure, die Glitter hier sieht, wie die Minnows auf der Übersetzung. Das war eine gute Farbe. Perfekt. Vielen Dank. Toller erster Fisch. 35 cm wird er wohl haben. Oh, ist sehr schön. Das ist gut. Gut. Ja, wir haben jetzt gerade den Fisch gefangen. Echt ein schöner schwedischer Barsch. Und was uns beiden aufgefallen ist, er hatte seinen Biss vorher, als sein Köder wirklich auf dem Boden lag. Und meiner hat auch gebissen, als ich den Köder sehr, sehr langsam geführt habe. Und deswegen wechseln wir jetzt die Methoden. Du, und du, und du? Dropshot. Dropshot. Und ich versuche einen Carolina-Rick. Ja, genau. Damit wir fische schneller. Und ich hoffe, dass wir noch mehr Barsch. Ja, ja. Da sind Barsch. Die Sache ist, das ist, was wir jetzt fischen, ist der wichtigste Ort in der Übersetzung. Die Fisch hier hat viele Flörer. Und jeder, wenn die Fisch hier, 90% der Angler ist, was wir jetzt benutzen. Jigs mit normalen Jigheids. Ja. Wenn du Dropshot und Carolina, machst du etwas anderes. Und dann ist es oft einfacher zu catchen. Ja, perfekt. Aber es ist lustiger mit Jigs. Ja, wir sehen. Wir sehen. Nice und warm, mein Freund. Und dann. Wurde wir bestellen. Wir haben hier ein Rigsbag. Und ich habe bereits vorbereitet den Rigs. Hier habe ich Carolina Rigs. Und hier habe ich meine Dropshot Rigs. Ich nehme die, und stehe die auf die Räden. Ich werde die Scissor-Comb von Illex-Ganky, oder Illex. Ich mache diese, das sieht aus wie ein Weihnachtstern. Es funktioniert perfekt hier. Und hier habe ich ein Moskito-Owner-Hook, size 4. Und was ich mache, ich lege die Löhr durch. Und das ist genug. Und hier habe ich ein Leid, das ist 10 Gramm. Es funktioniert perfekt. Und ich habe es mit einem Knot hier auch. Also ich werde es nicht verlieren. Ja, Carolina Rick, wie gesagt, die meisten von euch sind Experten und wissen was das ist. Aber da trennt man einfach das Gewicht vom Köder, damit man den Köder noch langsamer fischen kann. Der Fisch den noch weiter einsaugen kann, noch leichter einsaugen kann. Ich habe jetzt hier einen Meter zwischen Gewicht und Köder. Hier der Erfolgsköder von eben. Und einen Meter weiter das Blei mit einer Perle und einem Stopper. Carolina Rick, ganz einfach. Mal gucken, ob das jetzt auch funktioniert hier auf Barsch. Ich habe es in den Stream. Es ist ziemlich Spaß. Aber du benutzt eigentlich nicht... Ich benutze Dropshot, ja? Ja, ich benutze Dropshot. Du kannst den Netten, es ist nicht so groß. Kein Problem. Es ist ein Teamwork, es sieht aus wie ein Teamwork. Genau, genau. Hier kommt es. Oh, das war wichtig für den Netten. Schön, mein Freund. Ja, ich habe die Löhre zu einem Ribster. Aber sie sind hier, also wir müssen jetzt... Finden die großen jetzt. Ja, die großen zu bekommen. Ja. Perfekt. Ich lasse sie zurück. Bye, bye. Ja, jetzt haben wir es beide probiert. Ich, Carolina Rick. Tobi, Dropshot. Und was man sagen muss, es hat jetzt nicht viel mehr Fisch gebracht. Tobi hat zwar einen gefangen, aber es war jetzt nicht so, dass wir das Gefühl hätten, das ist jetzt der Schlüssel zum Erfolg. Deswegen habe ich jetzt wieder gewechselt auf einen normalen Jig. Jetzt mal die Farbe wechseln und gucken, ob dann was geht. Und wenn nicht, glaube ich, werden wir auch gleich mal den Platz wechseln. Was denkst du, Tobi? Will we change the Spots? Ja, was ich gesagt habe. Ich glaube, wir sollten den Platz ändern. Also ich werde jetzt den Köder noch einmal wechseln und danach werden wir den Platz ändern. Tobi hat gesagt, da wo die Steine sind, sehr sehr guter Spot. Aber man reißt halt eigentlich bei jedem Wurf ab. Ich riskiere es trotzdem. Ich will den Fisch fangen. So, der Vormittag ist vorbei. Wie ich es vermutet habe, hat das frühe Aufstehen sich nicht gelohnt. Nein, kann man so nicht sagen. Stimmt ja nicht. Wir haben einen wunderschönen Morgen erlebt. Einen tollen Sonnenaufgang. Und jetzt fängt es aber an zu regnen und wir brechen das erstmal ab. legen uns kurz in die Koje, schlafen kurz und greifen dann heute Abend nochmal an. Und dann nehmen wir euch natürlich wieder mit. Ja. Gut. 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 So, ist es ein Nase bait? Nase, ja. Ja. Killing es mit dem? Na, ich bin nicht sicher. Eigentlich sind sie ziemlich stark in diesem Wasser. Ich denke, es ist größer als die letzten. Oh ja, es ist schön. Es ist nicht extrem groß. Schön. Schön. Es ist ein Fisch. Ich denke, es wird nicht versporen. Ah, es sieht wirklich ein schönes Fisch. Und er hat die Kugel geschlossert, oder? Ja, aber es ist fisch. Es hat nicht versporen. Ja, es ist schön. Schau mal auf die Bälle hier. Es ist wie ein Balog. Ja. Ja. Ja, ich hatte gerade schon einen Biss und dachte schon wieder, ey, warum habe ich den jetzt schon wieder fahren? Und danach ist der hier nochmal reingeknallt. Ein richtig schöner Barsch. Ein fetter Barsch. Und er hat den Nase voll weggezogen. Ich habe die Farbe geändert. Ein natürliches Dekor mit einem 10 Gramm Kopf. Ein geiler Fisch. Ist das eigentlich ein guter Ort hier? Ja. Hier ist ein Fisch. Das ist ein großer Fisch. Sehr gut. Komm her. Wollt ihr mich? Ja, auf der Nase. Ja, könnte es sein wie ein Kilo. Das ist ziemlich hart. Ein guter. Der Erfolgsköder bis jetzt. Der fängt echt gut. Und jetzt haben wir einen richtig fetten Barsch. Das ist ein schöner Fisch. Ich glaube, es ist 40 plus. Ja, ich kann den Messer-Tape bringen. Guckt euch diesen schönen Prachtfisch an. Das ist ein schönes Fisch. Jetzt hat es sich gelohnt. Wir haben noch durchgezogen, weitergeangelt. Und was habe ich gesagt? Nicht so früh aufstehen. Es ist jetzt 11 Uhr und jetzt fängt es an zu beißen. Eigentlich wollten wir schon längst weg sein. Wir haben ja schon abmoderiert. Aber wir haben gesagt, komm, die Spots, an denen wir vorbeilaufen, fischen wir noch mal. Und da sind jetzt schon zwei schöne Barsch eingestiegen. 44er Barsch. Das ist doch schon mal saugeil. Es ist wirklich schön. Und natürlich werden wir ihn jetzt rausziehen. Ja. 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 Good work. Fuerste decent Fisch. Ja. Ja. Jetzt haben wir zu kommen. Ja. Ja. Das war der lustige Start des Tages. Ja. Jetzt gehen wir zurück, essen, schau, und dann gehen wir zurück in der Nacht. Ja. Und das ist Zeit für real. Und ich hoffe, dass wir noch einen großen Barsch wie der letzte. Das war wirklich toll. Danke sehr. Ja. Tobi ist jetzt wieder gekommen zur Abend-Session und holt uns ab. Hinter uns. Sieht man das Hotel, in dem wir leben. Hotel. Da haben wir gerade drei Stunden geschlafen nach einer sehr, sehr kurzen Nacht, die wir hatten. Wir hatten schon eine wirklich schöne Morning-Session mit schönen Fischen bis 44 cm. Das versuchen wir jetzt zu toppen. Wenn das nicht klappt, auch nicht so schlimm. Barsch angeln vom Ufer macht einfach so viel Spaß. Okay. Ja. Du bist unsere Guide jetzt. Und wir versuchen den 44 cm. Absolut. Let's do it. 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 I think it's gonna be better fishing now because it was quite cold in the morning. Because it was a cold night. And now the sun was warmer, the water. Yeah. And now they are maybe more active. So we learned one thing. We don't have to get up early. No. Like we did today. No. We are in the world. The one thing that is interesting has Toby told me. He doesn't come from here. He is here here. And the reason why he is here is not a woman or anything else. The job you could take on, but you just moved here. Because of this river, right? Ja, das stimmt. Ich lebte mit meinen Eltern, und dann mit meinem Job, konnte ich überall in Schweden gehen. Da dachte ich, wo ich möchte, dass ich gute Fischung habe. Und dann kam ich mit dem Ruber. Das ist lustig. Das ist lustig, aber ich kann das verstehen. Ja, und es ist eine gute Stadt hier. Hast du? Das ist lustig. Die sind hier richtig stark. Die gehen richtig kast, die Jungs. Ein guter. Und die Gendonese. Perfekt. Das ist gut, oder? Ja, ich fische mit der Carolina, und ich glaube, dass ich die Bisschen brauche. Ja, du musst die Bisschen auf dem... Aber du hast auch einen Fisch. Ja, ich hatte einen Fisch. Und ich hatte mehr als ein Fisch. Ich habe nur zwei Fisch. Ja, aber es ist gut, dass wir hier hier fischen für etwa 10 Minuten. Und wir haben ein paar Bisschen gekauft. Ja. Und du bekommst. Ja, ich habe mehrere Bisse gehabt nacheinander. Und dann ist dieser schöne Fisch hier eingestiegen. Es war ganz lustig gerade, weil ich hatte den ersten Biss nicht bekommen, den zweiten Biss nicht bekommen. Und dann hing er endlich. Scheint ein bisschen mehr Action zu sein jetzt als am Morgen. Aber gucken wir mal. Tobi hatte auch schon wieder den nächsten Biss. Lassen wir mal probieren, noch einen großen zu fangen. Oh! Oh, was ist das? Ich habe keine Ahnung. Reap? Ist das etwas großartig? Ein Bisschen oder ein Bisschen? Ich denke, es ist ein Bisschen. Ja, es ist ein Bisschen. Ja, es ist ein Bisschen. Oh, jetzt ist es stuck. Aber ich sah es. Boop, 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 boop. Ja. Du hast einen Catfisch. Ja, es ist. Du hast einen Catfisch inside? Ja. Es sieht aus wie ein Catfisch. Aber es ist nicht möglich. Leider es? Leider es nicht so, der neug Schlapp ist. Leider es nicht so. Leider es nicht so. Ja, man kann es nicht so. Das war ein Bisschen. Ja. Das ist nicht so. Aber kenne sich hier ein Bisschen, Aber es hat wirklich den Löhr geflogen. Man kann es gar nicht sehen. Bei uns ja eher nicht so. Deswegen eine richtig spannende Angelei und ich werde hier auf jeden Fall nochmal wiederkommen. Ja, jetzt als letzten Spot sind wir nochmal zu dem Spot von heute Morgen zurückgekommen, wo man sehr viele Hänger hat. Da habe ich gleich schmerzlich erfahren müssen. Gleich Köder abgerissen beim ersten Wurf. Ja, gucken wir mal, ob wir hier noch was fangen können. Ich gehe jetzt nochmal ein ganz bisschen greller in der Farbe, weil das Licht ist weg. Und vielleicht können wir so noch den einen oder anderen Barsch rauszuppeln. Wenn nicht, auch nicht so schlimm. War ein richtig cooler Tag. Haben ein paar schöne Fische gefangen. Also, wir melden uns morgen nochmal zurück. Wir hören jetzt auf. Es war ein wirklich cooler Tag mit einem großen Fisch. Und wenn morgen was geht, seid ihr natürlich wieder live dabei. Ja, er hat jetzt einen großen erwischt. Oh, und ich muss hier irgendwie mit meinen Turnschuhen rüberkommen. Es ist ganz nass. Ja, es ist ganz nass. Oh, fuck. Shit, es ist wett jetzt, wie hell. Und ich bin nicht 100% sicher, ob das die Barsch ist. Kannst du es? Oh, es ist ein gutes. Ja. Also, wenn wir über die Barsch sind, habe ich diesen schönen Fisch gefangen. Und ich denke, wir haben nicht die Messerung mit uns mit uns. Es ist auf der Barsch. Und es ist ziemlich schwer zu kommen, also ich kann es nicht mehr messen. Aber ich denke, es ist ungefähr 45cm. Und es weighs vielleicht 1.3-1.4kg. Es ist ein schöner Fisch. Ja. Und es hat unseren Monkey Rib. Von M-War. Good lure. Really nice. Good job, mein Freund. Danke, danke. So, ich will catch one more. Ja, mach es. Und ich werde das. Ich werde das. Bye, bye. Barsch. Swim zurück. Grow big. Das war Spaß. Das war's. Wenn wir nicht erwartet, dass wir etwas mehr fangen haben. Das kommt. Das ist typisch Fisch. Du sagst, wir werden es enden. Und dann machen wir ein paar mehr Fisch. Und dann fangen wir noch einen anderen. Ja. Wie in der Morgen. Ja. Ja. Wir wollten eigentlich raus, und dann fangen wir den 40-plus Fisch. Ja, genau. Und ich denke, wir haben wir geschafft, mehr als drei 40-plus Fisch heute. Ja. Also, es war ein guter Tag, ich denke. Ja. Even wenn es war slow Fisch. Und wir hoffen, wir haben einen besseren Tag morgen. Ja, genau. Ja, genau. So, jetzt gehen wir nach Hause, bevor es zu dark ist. Ja. Und dann wake up. See you tomorrow. Ja. 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 Ja.